Ausfallmeldung zum Intercity 5 nach Lausanne. Der Intercity 5 nach Zürich Hauptbahnhof Olten, Lausanne. Abfahrt um 16.18 Uhr fällt aus. Grund dafür ist ein Vorfall mit einem Strassenfahrzeug. Reisende nach Zürich Hauptbahnhof benutzen den Interregio 75 Richtung Luzern. Abfahrt 16.15 Uhr, Gleis 3. Reisende nach Olten, Solothurn, Biel, Neuchatel benutzen den Interregio 75 Richtung Luzern. Abfahrt 16.15 Uhr, Gleis 3 und steigen in Zürich Hauptbahnhof um. Reisende nach Zürich Hauptbahnhof benutzen die S16 Richtung Herleberg-Feldmeilen. Abfahrt 16.31 Uhr, Gleis 3. Reisende nach Olten, Solothurn, Biel, Neuchatel benutzen die S16 Richtung Herleberg-Feldmeilen. Abfahrt 16.31 Uhr, Gleis 3 und steigen in Zürich Hauptbahnhof um. Reisende nach Lausanne benutzen den Intercity 8 Richtung Brieg. Abfahrt 16.45 Uhr, Gleis 3 und steigen in Bern um. This is a cancellation announcement about the Intercity 5 to Lausanne. The Intercity 5 to Zürich Main Station, Olten, Lausanne, departure at 16.18 Uhr, has been cancelled. This is due to an incident with a road vehicle. Passengers for Zürich Main Station should take the Interregio 75 to Luzern, departure at 16.15 Uhr, from Platform 3. Passengers for Olten, Solothurn, Biel, Neuchatel should take the Interregio 75 to Luzern, departure at 16.15 Uhr, from Platform 3, and change trains in Zürich Main Station. Passengers for Zürich Main Station should take the S16 to Herleberg-Feldmeilen, departure at 16.31 Uhr, from Platform 3. Passengers for Olten, Solothurn, Biel, Neuchatel should take the S16 to Herleberg-Feldmeilen, departure at 16.31 Uhr, from Platform 3, and change trains in Zürich Main Station. Passengers for Lausanne should take the Intercity 8 to Brieg, departure at 16.45 Uhr, from Platform 3, and change trains in Bern. Passengers for Lausanne should take the S16 to Herleberg-Feldmeilen, departure at 16.31 Uhr, from Platform 3, and change trains in Zürich Main Station.